Hallo ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und ich habe heute ein besonderes Video für euch und zwar ein Five Star Prediction Video, also eine Fünf Sterne Vorhersage. Viel Spaß dabei! Five Star Prediction oder Fünf Sterne Vorhersage sind so Videos, die sind tatsächlich im englischsprachigen Booktube-Raum durchaus beliebt. Ich habe speziell bei Sam von Thoughts on Tomes gesehen, eine Booktuberin, die ich ja sehr, sehr mag, aufgrund ihrer Art und aufgrund auch ihrer Videos, die teilweise auch sehr kreativ sind und sehr cool. Und die Idee sprang mich tatsächlich an und ich dachte mir, das wäre doch auch mal was, was ich machen könnte. Und deswegen habe ich mir heute fünf, sechs Ehrenhalber, aber eigentlich sollten es fünf Bücher sein, fünf Bücher rausgesucht aus meinen Regalen, also quasi von meinem physischen Sub, von denen ich denke, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass das tatsächlich ein Jahreshighlight und ganz speziell auch ein Fünf Sterne, beziehungsweise bei mir ja auch Fünf-Monde-Video, äh, Fünf-Monde-Buch werden könnte. Und genau diese Bücher will ich euch jetzt vorstellen und es ist, glaube ich, ganz interessant dann, wenn ich sie alle gelesen habe, zu diesem Video zurückzukehren und zu schauen, ob sich meine Vorhersage bewahrheitet hat oder eben nicht. Und fangen wir einfach gleich einmal mit den Büchern an, beziehungsweise mit den ersten zwei, deswegen Ehrenhalber. Ich habe hier zwei, die gehören irgendwie zusammen und sind auch so mit einem weiteren Buch aus diesem Video der Hauptgrund, warum ich dieses Video ausgerechnet jetzt filme und hochlade. Denn es geht ganz speziell um Engelsfall und Engelskrieg von Nanini Singh, den 11. und 12. Band der Gilder der Jäger-Trilogie, äh, Trilogie wollte ich schon sagen, Reihe. Ich lege mal den wieder hin, weil der der große Schwere ist. Und das ist der, den ich als nächstes lesen will. Und wenn ihr meine Leseliste für den Juli schon gesehen habt, dann wisst ihr, dass diese Bücher da ganz oben auf der Liste draufstehen und unbedingt gelesen werden müssen. Und das sind auch so Bücher, bei denen bin ich fast sicher, dass bei einem von beiden oder bei beiden zusammen da auf jeden Fall auch fünf Monate am Ende bei rauskommen. Denn ich lebe einfach die Gilder der Jägerei von Nanini Singh. Hat ja hier auch nicht ohne Grund einen Ehrenplatz neben mir bekommen. Und ich habe mich umsonst diese Reihe schon so weit mitverfolgt. Und speziell in diesem und dem nächsten Band, also in diesen beiden, die auch, ich zeige sie extra, weil sie zusammenhängen. Dieser soll sehr fies auf einem Cliffhanger enden, bei dem der dann ansetzt und quasi diese Storyline zu Ende bringt. Deswegen nenne ich sie auch zusammen. Und deswegen bin ich mir bei dem auch fast sicher, dass es vielleicht nicht fünf Monate bekommt. Aber dann das Finale dieser zusammenhängenden Bücher in Engelskrieg vielleicht schon. Deswegen nenne ich sie auch unbedingt zusammen. Und in dieser Reihe folgen wir ja Raphael und Elena hauptsächlich, zu Anfang der Reihe ganz speziell. Und Elena ist eine Vampirjägerin in einer Welt, in der es Engel, Erzengel gibt, die die Welt beherrschen. Also die Erzengel regieren ihre Gebiete. Da haben die Engel eingeteilt, um quasi wie Gouverneure zu handeln. Und Engel haben durch bestimmte Prozesse die Möglichkeit, Vampire zu erschaffen, die dann nach ihrer Erschaffung eine bestimmte Zeit einen Dienst als Bezahlung dafür bei ihnen ableisen müssen. Nur kommt es durchaus auch vor, dass Vampire da doch nicht so Lust drauf haben, versuchen aus diesem Deal rauszukommen, abzuhauen. Oder im schlimmsten Fall sogar im Blutrausch verfallen, wahnsinnig werden, zu Killern werden. Und dann ist es die Aufgabe der Jäger aus der Gilde der Jäger, diese Vampire entweder wieder einzufangen, wenn sie weggelaufen sind, zu ihrem Meister zurückzubringen. Oder halt wild gewordene Vampire auszuschalten. Und dafür haben sie tatsächlich auch etwas erhöhte Fähigkeiten, besondere Sinne, besonders geschärfte Sinne. Und sind ein bisschen stärker und haben auch coole Gadgets und ein ganz spezielles Training. Und wie gesagt, in den ersten drei Wänden ganz speziell folgen wir der Jägerin Elena Devereaux, die tatsächlich einen Auftrag für den Erzengel von New York, Raphael, ausführen muss. Und zu Anfang ist sie von ihm total eingeschüchtert und hat Angst und wird aufgrund dieses Auftrags auch mit ihrer Vergangenheit und ihren eigenen Urängsten konfrontiert. Aber die beiden, Raphael und Elena, kommen sich trotz allem näher und verlieben sich ineinander. Nur ist das eine sehr schwierige Beziehung, eigentlich eine sehr unmögliche Beziehung, denn ein unsterblicher Erzengel mit fast unendlicher Macht und eine sterbliche Jägerin, das kann doch nicht gut gehen. Wie gesagt, im Laufe dieser Reihe, auch im Verlauf mehrerer Bände, folgen wir Raphael und Elena und zwischendrin immer mal wieder andere Nebencharakteren, die auch super lieb und unterhaltsam sind und die ich eigentlich alle, alle Bände dieser Reihe sehr geliebt habe. Es sind definitiv immer vier oder fünf Mondebücher sogar. Die meisten, glaube ich, sogar fünf Monde, denn ich liebe sie einfach und auch in diesem und im nächsten Band folgen wir dann wieder ganz speziell Raphael und Elena. Und es kommen neue dramatische Ereignisse auf, neue Dinge, neue Intrigen und Engelskrieg, also potenziell auch ein Krieg. Und ich weiß, das wird mich zerstören, aber ich bin auch fast sicher, dass ich es lieben werde und dass es dann am Ende dafür fünf Monde gibt. Auch das nächste Buch, da bin ich schon sehr optimistisch und aber auch irgendwo gespannt, denn ob das jetzt wirklich so ein Fünf-Monde-Buch ist, bin ich noch nicht ganz sicher. Könnten auch vier, 4,5, fünf Monde sein. Aber da sind einfach so ziemlich alle, die es gelesen haben, sehr von begeistert und deswegen steht es auch auf dieser Liste bei mir mit drauf. Und zwar spreche ich von Night of Crowns Spiel um dein Schicksal von Stella Tuck. Dieses hübsche, hübsche Buch aus dem Ravensburger Verlag, der erste Band der Night of Crowns-Dealogie, wo ja der zweite Band dann im November erscheint. Ich glaube, es ist der November. Ich glaube, das hatte ich im Neuerscheinungsvideo auch erwähnt. Und das Buch hebe ich mir extra auf, um es erst kurz vorm Erscheinungstermin des zweiten Bandes zu lesen, weil auch dieses Buch ja sehr fies enden soll, wie das scheinbar gerade so ein Thema ist. Aber ich bin darauf eingestellt, das dann spät erst gegen Ende des Jahres, also erst im November wahrscheinlich zu lesen. Aber wie gesagt, die Stimmen zu diesem Buch sind einfach durchweg begeistert. Das ist bei fast allen, die es gelesen haben, ein Jahreshighlight oder auch zumindest sehr, sehr geliebt. Alle sind sehr begeistert. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, denn ich habe von Stella Tuck ja auch schon Kiss Me Once im letzten Jahr gelesen und fand ihren, obwohl ich die Story jetzt nicht ganz so meins fand, ist halt eine Jugendbuch-Liebesgeschichte, fand ich ihren Schreibstil doch einfach herrlich, unterhaltsam, mitreißend und kann mir vorstellen, dass es besonders auch in diesem Setting irgendwie richtig cool ist und sich das gut umsetzen lässt und dass es trotzdem auch irgendwo eine atmosphärische, magische, düstere Geschichte ist, die aber doch auch so Stella Tucks typischen Humor irgendwo durchschimmern hat. Und ich weiß durchaus auch schon, dass es eine, ja, witzige, sprechende Katze geben soll. Und es geht hier um einen Fluch und ein magisches Schachspiel. Also zwei verfeindete Internate, die sich aufgrund eines Fluches, ja, jedes Jahr quasi in einem Schachspieler auf Leben und Tod gegenüberstehen und die junge Alice kommt an eine dieser Privatschulen und gerät somit auch zwischen die Fronten dieses Spiels und ihr kommt am Ende doch auch eine ganz besondere Rolle zu. Welche das ist, muss man dann erst herausfinden. Und auch, was es mit den zwei sehr attraktiven und geheimnisvollen Jungs aus den jeweiligen Internaten auf sich hat und für wen sie sich dann am Ende entscheidet. Also, ja, Liebesdreieck ist noch so. Ich meine, ob es überhaupt ein Liebesdreieck gibt, ist ja dann mal die nächste Frage. Aber es klingt so ein bisschen angedeutet so, aber ich bin trotzdem gespannt und bereit, dem Ganzen eine Chance zu geben. Und, ja, ich freue mich da schon sehr drauf, aber wie gesagt, das tatsächlich erst im November, einfach auch, weil ich glaube, dass es mit der Stimmung dann besser passt und weil ich nicht so lange auf den zweiten warten will, wenn der erste wirklich so fies endet. Aber das hat auch gute Chancen, ein Jahreshiliter zu werden. Und ebenfalls gute Chancen auf den Jahreshiliter-Status hat das nächste Buch, was ich jetzt tatsächlich auch im Juli lesen will. Und zwar ist das Gods of Ivy Hall Band 1 Cursed Kiss von Alana Falk. Ja, auch das ein Buch, was ich mir jetzt für diesen Monat vorgenommen habe, weil der zweite Band dann Ende Juli, Anfang August erscheint und ich die beiden dann auch gleich relativ nah beieinander weg suchen kann, weil auch dieses Buch wieder sehr fies enden soll und man eigentlich danach unbedingt den zweiten will. Und aufgrund der Leseprobe und den Einblicken, die ich bei einer Lesung von Alana Falk schon in dieses Buch bekommen habe, ich hätte gar nicht mal eben einen Vlog, wo ich davon erzählt habe, wo ich auch dieses Buch bekommen habe, ja, bin ich schon ziemlich sicher, dass mir der Schreibstil sehr gut gefällt, dass mir die Geschichte auch sehr gefällt. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant, spannend, mitreißend. Es geht um griechische Mythologie und wir folgen ganz speziell Erin, die am Ivy Hall College Game Design studiert, die aber keine gewöhnliche Studentin ist, denn Erin hat oder musste einen Pakt mit dem Unterweltgott Hades eingehen und wurde so zu einer seiner Rache-Göttinnen, was eigentlich heißt, dass sie ihm regelmäßig die Seelen von jungen Männern bringen muss, die sie durch einen Kuss stiehlt. Und ja, so lebt sie halt ihr Leben und sucht sich aber auch möglichst nur Jungs, die es verdient haben, ihre Seele zu verlieren, die wirklich fiese Typen sind, bis sie dann eines Tages auf Arden trifft, der einfach süß und lieb und nett ist und dem scheinbar kein Wässerchen trüben kann und der sofort Erins Aufmerksamkeit erregt und dem Erin auch auffällt. Aber das Ganze darf nicht sein, denn sie dürfen sich nicht näher kommen. Erin darf ihn niemals küssen, denn dann würde sie ihm ja aus Versehen die Seele rauben. Und da spielt wohl noch so viel mehr mit rein. Denn dieser ganze Mythologie-Aspekt klingt so cool und spannend. Auch von diesem Buch sind ja so ziemlich alle, die es gelesen haben, schon sehr begeistert. Auch alle, mit denen ich mich bei der Lesung von Alana Falk unterhalten habe, waren sehr, sehr angetan und haben gesagt, das ist einfach ein Jahrestheil von ihnen gewesen. Und ich meine, ich habe es auch signiert und es klingt so, so toll. Nach irgendwo einer düsteren Geschichte, aber auch nach einer sehr romantisch-dramatischen Geschichte, nach einer sehr ängstigen Geschichte, was ja auch so Bücher sind, die ich sehr, sehr mag. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass, wenn nicht dieses, dann doch spätestens das zweite Band, äh, der zweite Band, Lost Love, dann ein Jahreshighlight oder, also das ist ein Jahreshighlight, da bin ich schon fast sicher, aber dass dann Lost Love sogar auch ein Fünf-Monde-Buch wird, wenn nicht dieses sogar auch. Dann wurde es nachher langsam schon ein bisschen schwieriger, Five-Star-Predictions, also Fünf-Monde, Fünf-Sterne-Vorhersagen, aus meinen Regalen rauszusuchen, denn ich meine, so viele Bücher habe ich jetzt am Ende auch nicht. Es sind jetzt aktuell 45 oder so, da gehören aber auch Klassiker und Sachbücher dazu. Und ja, so viel ist dann da nicht dabei. Und Fünf-Monde zu bekommen, also wirklich die volle Mondezahl, ist bei mir wirklich, wirklich schwierig. Das vergebe ich jetzt nicht so leichtfertig, dann doch Vier schon eher oder 4,5, aber so diese volle Mondezahl ist sehr tricky zu bekommen. Deswegen sind die nächsten auch noch so potenziell wahrscheinlich eher 4,5, aber vielleicht, wenn sie mich überraschen, könnten sie auch Fünf-Monde bekommen. Und wir machen mal so einen kleinen Genre-Shift, denn das nächste Buch, was ich habe, ist Idle, Gib mir dein Herz von Kristen Kellyanne, der zweite Band der Idle-Reihe. Ich muss unbedingt auch den ersten Band der Reihe lesen, bevor ich den überhaupt vornehmen kann. Die sind hier genau über mir. Ich habe den dritten auch schon da liegen. Aber ich habe schon von vielen Stimmen gehört, dass der erste in Ordnung ist. Das ist eine liebe Liebesgeschichte, aber ist jetzt kein Jahreshalm oder nichts, was einem jetzt wirklich vom Hocker reißen würde. Dafür soll aber der zweite umso besser sein und alle lieben den zweiten einfach abgöttisch und sind da total Hype auf den. Und deswegen steht er auch bei mir auf dieser Liste, weil wenn alle anderen ihn so lieben, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das genau meins ist, denn es sind ja diese Idle-Reihe beschäftigt, es sind ja alle Rockstar-Romances, Neodalich-Bücher und in diesem Buch folgen wir, glaube ich, Gabriel, dem Manager der Band, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der sitzt in einem Flugzeug neben Sophia, steht sie hier hinten drin. Und ja, ich lese noch kurz vor, worum es geht, weil ich habe mich damit nicht so richtig beschäftigt, weil ich den ersten nicht gelesen habe. Also, Gabriel Scott. Heiß wie die Sünde, kalt wie Eis. Sophie Darling kann ihr Glück kaum fassen, als sie für ihren Flug nach London ein Upgrade in die erste Klasse erhält, bis sie ihren Sitznachbarn kennenlernt. Gabriel Scott ist zwar der attraktivste Mann, den sie je in ihrem Leben gesehen hat, leider aber auch der unverschämteste. Und das ist noch nicht alles. Während des Flugs findet sie heraus, dass er niemand anders als der Manager der Rockband Kill John ist. Naja, habe ich doch recht gehabt. Und somit womöglich bald ihr neuer Boss. Ach, herrlich. Irgendwie Romance mit Rockstars. Ein Romance, bei der auch so ein bisschen Arbeitsplatz verbotene Liebe mäßig was mit reinspielt. Ein Bad-Boy-Protagonist, der aber doch auch ein Herz aus Gold haben soll und den eigentlich alle, die sie haben, absolut lieben. Und ich muss auch sagen, die Prämisse erinnert mich so ein bisschen an den zweiten Band der Rockkiss-Reihe von Lannini Singh, der jetzt auch nochmal neu aufgelegt wird in der neuen Reihe von ihr, die da oben ist. Und den habe ich ja auch sehr, sehr geliebt. Da hieß der Protagonist auch Gabriel, glaube ich. Gabriel und Charlie. Und dann haben wir jetzt hier Gabriel und Sophie. Also ich bin gespannt und erhoffe mir, wie dieses Buch groß ist. Wie gesagt, aber nur mit so ein bisschen Vorsicht. Das könnten auch nur 4,5 Monate werden, denn 5 ist schon sehr hoch gestochen. Aber, naja, meine Hoffnungen sind halt einfach doch hoch bei diesem Buch. Kommen wir zum letzten Buch dieser Liste, dieses Videos, dieser 5-Star-5-Monde-Voraussage, bei dem ich mir auch noch nicht so richtig sicher bin, aber irgendwie große Hoffnungen habe. Und zwar ist das Throne of Glass von Sarah J. Maas. Das ist ja dieses Schandebuch, was ich immer noch nicht gelesen habe, was auch wirklich so schon ewig im Regal steht und ich unbedingt lesen muss, denn ich liebe einfach Sarah J. Maas und ich liebe einfach alles, was ich bisher von ihr gelesen habe, was die komplette Reich der Siebenhöfe-Reihe ist und Crescent City, was mich auch ab und zu zerstört hat. Aber ich weiß nicht, bei diesem Buch bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich will, dass es ein 5-Monde-Buch ist. Ich will unbedingt, dass es ein Jahreshighlight wird, dass ich es liebe und dass es genauso toll ist wie alle anderen Sarah J. Maas-Bücher, die ich kenne und alle, die es gelesen haben und die Sarah J. Maas mögen, sind da ja auch sehr, sehr begeistert von und ja, es gibt eigentlich immer so das Lager, entweder das Reich der Siebenhöfe wird mehr geliebt oder Throne of Glass. Ich bin fast sicher, dass ich ins Reich der Siebenhöfe falle, aber ich lasse mich überraschen. Und hier ist es tatsächlich so, das ist halt Sarah J. Maas' erstes veröffentlichtes Buch überhaupt. Und da will ich meine Hoffnung einfach noch nicht zu hoch setzen, um nicht enttäuscht zu werden. Aber andererseits ist es halt Sarah J. Maas und sie sind doch irgendwie mega hoch und ich erhoffe mir einfach, dass das ein 5-Monde-Buch wird. Aber wir werden sehen, wenn ich es dann endlich mal lese. Dieses Jahr noch. Also ich weiß nicht, ich muss es ja dieses Jahr lesen, sonst muss es ausziehen und das darf nicht sein. Aber ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich bin sehr gespannt und hier geht es ja um die Assassinen, Selena, Serdothian, die in einer dunklen Mine eine lange, lange Haftstrafe, lebenslängliche Haft, abwitzt und eigentlich denkt, dass sie nie wieder die Möglichkeit hat, in Freiheit zu kommen. Bis eines Tages der Prinz des Landes, dessen Vater sie eingesperrt hat, auftaucht, Dorian und ihr einen Deal anbietet. Sie wird sein Champion in einem königlichen Turnier. Ein Turnier auf Leben und Tod. Also entweder gewinnt sie oder sie stirbt halt dabei. Und dann ist sie dann frei oder sie bleibt für immer in diesem Gefängnis. Und für Selena ist das ganz klar. Sie nimmt diesen Deal an und stellt sich der Herausforderung. Und dann geht es darum, wie sie sich durch diesen Wettkampf kämpft. Und wahrscheinlich spielt da noch so viel mehr mit rein. Denn bei Sarah Jammers ist die Geschichte nie so, wie sie in der Prämisse scheint. Und da steckt immer noch so, so viel mehr dahinter. Und das baut sich immer noch so, so extrem weit auf. Und ich meine, diese Reihe hat acht Bände, die am Ende wirklich massiv dick sind. Und also erwartet mich da einiges. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass spätestens die späteren Bände in dieser Reihe absolute Lieblinge, Jahreshighlights, fünf Mondebücher werden. Aber bei diesem ersten bin ich noch skeptisch. Aber es ist einfach Sarah Jammers und eigentlich müsste sie einfach auf dieser Liste mit draufstehen. Deswegen habe ich sie auch mal aufgenommen. So, das sind so die fünf Bücher, von denen ich hoffe, bei denen ich denke, dass sie sogar fünf Mondebücher für mich werden könnten. Absolute Jahreshighlights. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde dann berichten, wenn ich sie gelesen habe. Und berichten, wie das dann so lief, wenn ich dann, ja, wenn ich rekapituliere. Also es wird auf jeden Fall, wenn ich alle diese Bücher gelesen habe, nochmal so ein Recap-Video geben, wo ich dann noch mit drauf eingehe, ob sie jetzt Jahreshighlights waren, ob sie jetzt fünf Monde waren, ob sich meine Predictions, meine Vorhersagen bestätigt haben oder nicht. Und dann bin ich mal gespannt, wie das so ausgeht. Ja. Gefallen euch diese Arten von Videos? Verrate es mir gerne in den Kommentaren, dann mache ich gerne auch nochmal mehr davon. Wenn ich dann diese Bücher alle gelesen habe, dann mache ich das so wie Sam von Thoughts on Tomes, die dann erst wirklich alle liest, bevor sie dann die nächsten Predictions aufstellt. Aber eigentlich finde ich das mal ganz spannend. Und habt ihr auch solche Bücher, von denen ihr glaubt, dass es absolute Jahreshighlights werden könnten, dass es absolute Lieblinge von euch sein könnten, fünf Monde- oder Sternebücher? Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare, dann können wir uns darüber austauschen. Und ansonsten ganz, ganz vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr immer so fleißig zuguckt und mich unterstützt und kommentiert und liked. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne auch hier wieder ein Like und auch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn es kommt auf jeden Fall noch wieder ganz viel spannender, interessanter Content. Hoffe ich zu uns, dass es für euch so ist. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut!